so hallo und herzlich willkommen zu einem neuen adventskalender video heute ist türchen nummer 14 dran natürlich der ravensburger kalender hier wie jeden tag um 10 uhr ja jetzt kommen erst mal die grüße erstens mal grüße ich jan klavis der hat geschrieben hey stürme kannst du mich kannst du mir im nächsten video auch grüßen bin auch bayern fan dann haben wir noch glaube ich noch ein kommentar schau mal gerade hier noch der hat mir gut gefallen er hat zwar nicht geschrieben grüßt mich aber der kommentar hat mir gefallen und zwar von len lenzing und lenzing wie immer cooles video mach weiter so ich feier dich mega und bin durch dich auf fifa mobile stoßen ps coole mütze ja somit wurdest du gerüst obwohl du gar nicht geschrieben hast aber mir hat der kommentar gefallen ja falls du auch begrüßt werden willst kannst du es in die kommentare schreiben dann wirst du morgen in dem video gegrüßt so heute haben wir den vierzehnten wir machen das vierzehnte türchen auf ich denke mal ihr habt schon gesehen heute kein puzzle ball ich bin mal gespannt was da drin ist das könnte ein kurzes video geben hier so wir öffnen jetzt türchen nummer 14 wieder ein memory oder was ist das denn jetzt krieg ich das gar nicht raus ist das dann ein augenblick so jetzt verstehe ich das reißen wir ab dann müssen wir das wird das geöffnet haben aha und zwar sind das noch fehlende hier haben wir noch härter augsburg haben wir noch werder bremen hier haben wir noch hannover 96 hier haben wir freiburg malz 05 nürnberg fortuna düsseldorf und wolfsburg ich denke da kommen glaube ich noch welche kann ich mir denken weil hier auch noch zweite liga glaube ich dabei ist fortuna düsseldorf zweite liga so und hier waren die anderen also der rest nur 1 2 3 4 5 6 7 8 9 vereine der ersten liga oder spielen die in der ersten bin ich jetzt ein bisschen verwirrt ich schaue mal gerade nach ich bin doppelso verwirrt jetzt aber wir können ja schnell gucken und zwar hier bundesliga tabelle tatsache ups also ich bin ja auch ein bisschen blödel okay also das war der rest hier von der bundesliga also 1 2 3 4 5 6 7 8 und 9 ja ich habe gar nicht mehr daran gedacht dass fortuna düsseldorf jetzt in der ersten ist das tut mir leid jetzt ja im moment ist bundesliga bei mir naja ok nicht so an erster stelle so ich denke mal morgen kommt wieder puzzle ball wir können ja mal schauen wo das nächste türchen ist türchen immer 15 müssen wir suchen ich denke mal ihr seht schon ich drehe mal hier die bälle wieder richtig so wir haben noch zehn tage bis heilig abend morgen ist türchen immer 15 dran also wieder ein puzzle ball so dann denke ich ja mal das fortuna düsseldorf fehlt meins 05 fehlt noch wer fehlt denn noch nirnberg haben wir schon hannover 96 haben wir auch schon wer der bremen haben wir augsburg haben wir die hertha fehlt noch genau hertha bsc ähm 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 Wolfsburg fehlt noch Fortuna düsseldorf fehlt noch ähm bayern haben wir schalke haben wir dortmund haben wir ähm ähm oh Leverkusen fehlt auch noch stimmt Hoffenheim haben wir Gladbach Gladbach fehlt noch ups das war jetzt egal ähm Leipzig haben wir ah Stuttgart fehlt auch noch genau Stuttgart ja mal gucken was ich mir hier damit überlege vielleicht hm ich habe schon eine Idee ich habe das auch schon mal gesagt aber naja klaut es mir jemand wenn ich jetzt nochmal sage gibt ja so viele klauer hier auf YouTube so ja also morgen Türchen Nummer 15 und falls du gegrüßt werden willst schreib es in die Kommentare und äh like dieses Video natürlich und falls du noch kein Abonnent bist und äh dir mein Kanal gefällt ich mache ja äh verschiedene Sachen auf meinem Kanal ich mache Unboxing ich mache Gaming ja ab und zu mal Flocks ja aber das weniger ja so ich muss ein bisschen künstlich in die Länge ziehen weil ja ich bin grad bei sieben Minuten ohne ohne zu schneiden ohne zu schneiden ja so dann sag ich mal bis morgen und ciao tschau tschau tschau